Gucken wir mal was da so abgeht. In der Hoffnung, dass da überhaupt was abgeht. Sind wir da? Ist das die Ostengraf? Ja, das sieht danach aus. Okay. Oh, da sind gleich Gegner. Oh, Todbeschwörer. Zack. 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 War es das schon wieder? Okay, das war es schon wieder. Gold, kleiner Seenstein, Zwergenöl. Gold? Okay, mehr brauchen wir hier nicht. Gold, Eisenstreitkolben, ich auch nicht. Ich meine Waffe mag ich lieber. Okay, hier mal rein. Ach, komm, hier hoch. Ui. Truhe. Gold. Ein Bandit, ein toter Bandit. Dietrich Gold. Großer Sack. Ah, Salz. So, Ostengraf. So, Ostengraf. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal gucken, was in Ostengraf los ist. Hm? Hier wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser, was den Weg gehen. Jetzt weiß ich nicht. Dietrich Gold. Oh, davon bekämpfen die sich schon. Banditen und Zauberer. Da sind tote Banditen. Dietrich Gold. Ich hab' einen Schild. Wow. Beschwörer Novize. Zack. Totenbeschwörer Adept. Zack. Na komm. Danke. So. Kleiner Seelenstein. Roberts ist das. Das brauche ich nicht. Die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben ja kein Gewicht. Die können wir ja mitnehmen. Dietrich hier. Yay. Hier vorne nicht noch einer. Äh. Ektoplasma. Ah. Gold. Hier. Das brauchen wir nicht. Das brauchen... Sie nehmen wir mit? Hm. Was? Ja, das nehmen wir auch nochmal mit. Äh. Äh. Also, wo geht's jetzt eigentlich längs? Müssen wir jetzt hier längs? Nein. Da hinten bestimmt, ne? Hier? Hier? Ah, hier geht's längs. Sieht hier aber auch. Lavendel. Sieht hier aber auch aus. Wie auf dem Schlachtfeld. Ah. Oh. 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 Hier ist jetzt aber auch was los. Lass mich durch hier. Ah. Zack. 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 Ah. Auf jeden Fall. Gold. Mal ein bisschen durchplündern hier. Was ist das denn? Start des Zombies. Hm. 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 Haha. Nein. Ähm. Wunderknabe. Weißkappe. Zeigen euch nix. Wirklich nix. Da. Gold. Gold. Ich könnte aber auch mal zwischendurch. Eine Beschwörung machen hier, ne? Okay. Da liegt noch einer. Feuermagier. Steinhaut kennen wir schon. Okay. Was ist das hier? Hm. Egal. Boah. Ist hier der Uhren. Bestimmt überall. Nein. Leer. 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 Aber hier sind noch drei. Eilungsdruck. Da ist was dran. Leer. Ah. Hat sich schon gelohnt. Truhe. Gold. Leer. Leer. Werde habt. Leer. Okay. Weiter gehts. Da ist noch ein Buch. Nein. Nein. Hier auch noch mal Ohren. Alter. Was ist hier los? Das ist aber mal ein Grab. Ah. Das ist aber schön. Wenn es irgendwie leer. Gibt es hier mal ein bisschen. Ein bisschen Gold. Hier haben wir einen Heilungstrank. Leer. 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 Da ist noch eine. Da ist noch eine. Das Geheimnis von Prinzessin Talara. Wiederherstellung verbessert auf 33. Das ist doch auch schon mal gut. Munddrank der Tarnung. Begräbnis Runde. Hmm. Wiederherstellung verbessert auf 33. Das ist schon mal gut. Das kriegen wir bestimmt auch noch mal relativ gut hoch. Okay. Hier geht es weiter. Oh. Alter. Noch zwei Hände Gold. Da links. Da links. Da links. Jetzt höre ich hier schon Sachen hier. Okay. Geradeaus oder runter? Hmm. Beginn. Das ist noch runter hier. Hallo? Ah. Gold, 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 Gold. Oh. Da wollte ich nicht mehr nehmen. Okay. Egal. Da können wir verkaufen nachher alles. Ah. Sonst ist ja auch nichts. Okay. Und dann doch hier rein. So. Nehmen wir mal unseren kleinen. Woher seid ihr da? Oh. 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 Ich. Hihi. Hihihi. Okay. Ja. Ah. Gold. Hm. Das ist doch schon mal schön. Das gefällt mir inzwischen. Wie das jetzt läuft. Jetzt auch mit dem neuen Schrein defekt. Kriege ich auch mal ein bisschen weniger Schaden. Das ist schön. Das gefällt mir. Ja. Weiter. Das ist noch ein Heilungstrank. Truhe. Gold. Granatstein. Zaubertrank ist Ritters. Ist aber nur eines Ritters würdig. Okay. Da unten geht's jetzt rein. Dann haben wir nochmal einen Geldbeutel. Tiefengewölbe. Ab ins Tiefengewölbe. Zack. Ja. Hallo. Na. Auf Lammatronach. Sind wir hier? Zipas? Oh. So. Hallo. Wirklich. Gold. Nordpfeil. Uhuhuhu. Okay. Da kommen wir nicht runter. Das heißt, wir müssen hier links gehen. Was? Was war das? Oh, oh. Huh. Hahaha. Der liegt schon toter. Noch ein Mehl. Wer ist da? Wo ist das? Und hier? Wo geht's nicht weiter? Okay. Yay. Party. Tot. Genau. Das hätten wir geschafft. Das war auch so schwierig. so da ist noch einer ich kann auch magie zuerst stirbt so wozu brauchen tote in einem grab so ein tüchtiges fest alle mit einem fest schmaß und 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 ist ein bisschen suspekt aber okay wir mal hier gucken noch eine heilung die können uns mal sauber tränke auch so viele und sie können uns mal alles verkaufen wie wir können durch die ganze städte hoppeln und dann alles verkaufen jetzt hier längs meine güte da macht ihr auf ich mag ich mag wenn öl auf dem boden ist ach so das ist einer von uns okay so dadurch könnten wir nicht gehen verdammt da hinten da ist bestimmt andere griff das heißt sie müssen da irgendwie da ist noch ein griff und hier ist noch für zauber können wir da noch mal was und zaubern haben wir dann noch was gefunden entzaubern ja zaubern und den auch nicht immerhin truhe leer nix haben wir auch nichts griff nein ich habe mich einfach einsperrt da geht doch nicht nein 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 das geht nicht wo bist du da bist du da hoch anfälligkeit für magie ja das ist auch weiter nichts hier nein nein schade die gräber sind auch nicht mehr das was sie mal waren sonst war immer noch mal ein bisschen gold auf dem tisch hier wachsen bäume in der höhle cool so skelette es hat mir geschafft da kommt noch ein da liegt einer auf der falle rum es ist da noch dann hat steuer nichts da ah noch nicht nochmal um den feueradronaten beschwören flammen oh wo ist das schon wieder oh schade ist auch nichts mehr da komm ich da an mir hin guck mal da hin verdammt keine ahnung ich wusste es schade gehen wir erstmal wieder runter da ist auch ne truhe gold amethyst orkische panzerhandschuhe wow nicht die märte ja die nehme ich erstmal mit ja geht man da durchs feuer leid ja auch so was haben wir hier hier haben wir einen thron sieht aus wie ein thron der thron der skelettkönigs oh ich bin der könig nicht ja bestimmt hier runter gibt es denn da unten da müssen wir bestimmt hin von da sind wir glaube ich gekommen ach ich habe keine ahnung ich habe mich jetzt schon verlaufen ja da ist ein wort der macht auf jeden fall schon mal ein wort ein neues wort dahin schwinden ätherische gestalt kann ich bestimmt auch noch nicht aktivieren fehlen mir bestimmt noch ein paar drachen für schreie ätherische gestalt dass der tun kräft in die lehre selbst und verändert deine form du kannst weder verletzt werden noch jemanden verletzten geht's auch noch einmal hin ok im wort haben wir schon mal gelernt es gibt ja doch noch irgendwie so mega fetten krassen boss manchmal eigentlich das heißt wir sind falsch gelaufen das haben wir uns wahrscheinlich erst mal wieder hoch so sind wir uns nicht mitnehmen gold das lassen wir da drin den brauchen wir nicht falsch gelaufen wir haben wir ein neues wort gelernt dass das schon mal gut und wieder zurück hallo danke das heißt wir gehen da über die brücke von da oben sind wir gekommen genau da oben das heißt wir gehen jetzt hier rüber schütt 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 hallo ist ja jemand mich hier was töten oh ja das ist hier so ein blödes rätsel hier gehen wir mal hier hoch kritischer schlag gegen die skeletten das ist nochmal heilung ach ja heilung hier kriege ich aber heilungstrecke mal raus ok hier ist nix so haben wir so wieder das rätsel lösen aha ok nein muss wahrscheinlich nein nicht der mit denen hier durch sonst wüsste ich nicht wie das geht ok hallo ja nee ist klar ja muss doch irgendwie Trick bei geben ja 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 ich kann mich das noch nicht vorstellen hm das gibt's nicht Wie soll man denn da durchkommen jetzt? Geht ja nur so Okay, bleibt das jetzt Nee, okay, so geht das nicht Gibt's auch nicht Vielleicht muss man, vielleicht muss man ja So, klappt das auch nicht Ja, sehr schwierig Ha, machen wir es so Okay Oh, gefallen Überfallen auf dem Boden Boah Mein lieber Herr Gesangsverein Okay Spinn Au Au Okay Kommen wir da nicht irgendwie Da kommen wir jetzt wohl gar nicht mehr durch Verdammt Ja Du hast natürlich jetzt ein Problem Aber ich komme hier natürlich relativ gut durch Kommt her Ich bin ich Oh Boah Alter Schwede Wo kommst du her du klein Ist ein bisschen das Viech Gut klein ist ja wohl ein bisschen relativ ne Boah Ein lieber Herr Gesangsverein Ach so Das hörst du dir wieder Ich heile mich erstmal nochmal ein bisschen Nun infizierte Leiche Ach 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 Ach